5, 4, 3, 2, 1 Ho, ho, ho! Es war einmal in Hollywood. Once upon time in Hollywood. Mit einer zauberhaften Winternacht machten sich die beschäftigen Weihnachtswerfen auf den Weg ihren magischen Aufgaben nach der Die Weihnachten, Holly und Johnny haben von Santa höchstpersönlich die wichtigsten Sätze getragen bekommen Sie haben die Ehre, den großen Weihnachtsbaum im Herzen der Bufi-Wag Studios in all seiner Lichterpracht erstrahlen zu lassen On a magical waiter's night the busiest Christmas elves set out to complete their magical tasks The two elves, Holly and Johnny were given the most important of all tasks by Santa himself The two little elves have the honor of making the big Christmas tree Lighting the Christmas tree is a long tradition in Hollywood in Germany Santa Claus wählt nur die freisüchsten, mutigsten und treuesten Elfen für diese wichtige Aufgabe aus Und dieses Jahr sind Holly und Johnny an der Reihe den Weihnachtsbaum zu erwischen Santa Claus selects only the hardest working, gravest and most loyal elves for this important task And this year, it's Holly and Johnny's turn to light up the Christmas tree Oh, Jolly, das ist so aufregend! Wir werden den Weihnachtsbaum entstrahlen lassen und all die Menschen erfreuen! Yes, Holly, this is going to be fantastic! What's going to make all these people happy? What's going to make all these people happy? But when they tried to turn on the lights Nothing happened Oh, nein, Jolly! Das funktioniert nicht! Was sollen wir tun? I don't know, Holly! Santa is going to be so disappointed! Die Elfen waren entmutigt, aber sie gaben nicht auf Sie riefen die Rentiere herbei, um zu fragen, wo Santa sei Die Elfen waren entmutigt, aber sie gaben nicht auf Sie riefen die Rentiere herbei, um zu fragen, wo Santa sei Oh, Holly, look! The Landcrackers are here! Maybe they can help us, too! Als die Lichter des Weihnachtsbaumes aufleuchteten, stiegen alle Wünsche und Träume der Menschen in den Himmel auf Es war ein Happy End in den Movie Park Studios Das zeigte, dass selbst in den schwierigsten Momenten der Zauber der Weihnachtszeit und die Kraft der Zusammenarbeit die Herzen der Menschen erhellen können When the lights of the Christmas tree lit up, all people's wishes and dreams ascended to Heaven It was a happy ending at Movie Park Studios That showed that even in the most difficult moments The magic of Christmas and the power of cooperation can light up people's hearts Movie Park Studios Movie Park Germany wünscht allen Gästen filme reife Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr Movie Park Germany wüsht allen Gästen einen Filmreifen Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr Und einen guten Start dem New Jahr Das war's für heute. 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 Das war's für heute.